Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 246. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Seit ein paar Stunden sind wir jetzt wieder da. Es gab gerade eine Woche Dänemark. Das machen wir immer relativ regelmäßig, dass wir mit der Familie meiner Frau ein Ferienhaus mieten und dann mal eine Woche uns da versammeln und einfach zusammen Urlaub machen. Und diesmal zum ersten Mal Römm, ganz ungewohnt für uns alle. Normalerweise sind wir ja relativ weit im Norden und diesmal war es also die Insel Römmö oder wie man es auf Deutsch nennt Römm, da ein Ferienhaus in der Nähe von Haunebü, wo ich schon mal war zum Hotdog essen. Das hatte ich glaube ich auch erzählt, unsere Pfingst Hotdog Tour und da mussten wir tatsächlich dann nochmal zwischenfahren. Ich hatte ein Podcast Date für den Camping Caravan Podcast. Das könnt ihr euch dann am 29. abends anhören und meine Frau hatte noch einen Gottesdienst. Da mussten wir also dann ja logischerweise irgendwie hier sein und nicht auf der dänischen Insel und entsprechend sind wir dann am Sonntag nochmal zurückgefahren. Ja, dann hatten wir also wie gesagt ein Haus. Also normalerweise ist das ja immer so in den Dünen. In diesem Fall ist es halt mehr so eine Ferienhaussiedlung gewesen, aber halt zum Glück alles nicht so dicht aufeinander. Das war ja, ach von der Ausstattung her würde ich sagen, es war grundsätzlich okay. Alles ein bisschen hellhörig oder hellhöriger, als wir es gewohnt sind. Dann waren die Kinder ein bisschen beleidigt, weil der Pool zu klein war. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja und weiß ich nicht, da waren dann irgendwie die Ausstattungen insgesamt im Haus, die waren nicht so auf dem Stand. Also da müsste man eigentlich nochmal drüber. Aber insgesamt war es tatsächlich ein sehr hübsches Haus mit einer stabilen WLAN-Versorgung jenseits der 30 Mbit und damit ist ja auch schon wieder einiges rausgeholt. Und ansonsten hatten wir eine schöne Umgebung da. Wie gesagt, es war alles so ein bisschen von den anderen Häusern so ein bisschen abseits und ja schon auch so ein bisschen Dün-esk, würde ich es mal nennen. Also das war, ja, also als ich das erste Mal in Dänemark in einem Ferienhaus war, das war halt einfach so eine planierte Fläche, wo irgendwie zig Ferienhäuser nebeneinander standen. Das war auch schön, aber halt jetzt kein Vergleich. Einen Tag habe ich mich so ein bisschen rausgezogen, ich weiß gar nicht mehr welcher. Da waren die anderen alle unterwegs und ich hatte irgendwie keine Lust und bin zu Hause geblieben, habe ein bisschen Podcast-Kram gemacht und mich dann irgendwann mal abgesetzt nach Haunebü zum Hotdog essen. Und das war schon sehr großartig, weil ich dann irgendwie mit Blick auf den Hafen dabei zugucken konnte, wie das Hafenbecken ausgebaggert wird, während ich meinen Hotdog verputzt habe. Das mochte ich ganz gerne und wir hatten noch einen 30 Minuten Strandmoment. Wahrscheinlich waren es ein bisschen mehr. Da sind wir mal eben zum Strand gefahren nach, wie hieß das? Was? Der Strand. Hallo Schatz. Hallo. Warum störst du mich beim Schlafen? Entschuldigung, warum störst du mich sonst nicht beim Podcasten? La Colc? La Colc hieß das, wo der Strand war. Genau, da sind wir hingefahren und das war... Sehr strandig. Sehr, sehr strandig. Also noch viel strandiger, als wir es sonst aus Saltum kennen. Viel breiter, viel mehr los. Der Strand, nicht mehr. Nee, natürlich. Klar. Natürlich rede ich nur über den Strand und nicht über uns. Du hast dein Handy nicht ausgemacht. Ich habe natürlich mein Handy nicht ausgemacht. Ein guter alter Tradition. Ich auch nicht. Gut, ich mache es jetzt aus. Wer hat dir geschrieben? Es war Udo. Grüße. Gerade Udo. Hör mal auf, dir an beim Podcasten zu schreiben. Ja. So. Also, was ich sagen wollte. Ach genau, wir waren am Strand und es war wahnsinnig viel los. Unglaublich viele Leute mit Lenkdrachen oder dieser eine Typ, der hatte dann irgendwie 200 Fahnen aufgebaut. Ein sehr witziger Moment, als nämlich wir gerade dran vorbei waren, hörten wir von hinten eine Frau sagen, Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen. Und das finde ich immer noch unfassbar witzig. Ja, gut. Ach so, gekocht haben wir auch. Und zwar haben wir etwas umgesetzt, wo uns unsere Freundin Britta neulich mit entzückt hat. Und zwar dieses Next Level vegane Hack, das es bei Lidl gibt. Da waren wir bei ihr eingeladen und sie hatte daraus eine Bolognese Soße gemacht und dazu Spaghetti. Das war echt super. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir auch, denn wir kochen immer so ein bisschen reihum, wenn wir gemeinsam im Urlaub sind. Und naja, also ich glaube, es kam. Also ich fand es gut. Es ist ganz gut gelungen, sowohl der Kürbis als auch die Soße. Ich glaube, es kam aber insgesamt eher so mittelgut an. Also meine Schwägerin und die Kinder hatten sich vorher heimlich irgendwo eine Portion Nachos geholt und waren eigentlich schon satt. Wartest du auf den Kommentar von mir? Ich überlege gerade, was deine Eltern gesagt haben. Die waren sehr diplomatisch. Belassen wir es dabei. Die waren sehr diplomatisch. Nee, aber die sagen sonst jetzt auch nicht so viel zum Essen. Es ist halt Essen. Ja, ich entschuldige mich für meine Familie. Alle bekloppt. Das muss man viel häufiger tun. Das nächste Mal können wir mit deiner bekloppten Familie in Urlaub machen. Das wird super. Grüße gehen raus. Machen wir dieses Pärchenkacke-Ding jetzt doch. Deine Familie hört nicht deinen Podcast, oder? Doch, manchmal schon. Verdammt. Ich liebe euch. Nach Esbjerg sind wir noch gefahren. Das war super. Um uns die Stadt mal anzugucken. Das war so ungefähr eine Stunde entfernt. Und ja, war, also ist ja, Esbjerg ist ja bekannt, die fünftgrößte Stadt von ganz Dänemark und hat irgendwie die längste Fußgängerzone des ganzen Landes. Also in Dänemark ist nicht so viel los, aber das ist halt die Riesenattraktion. Wobei das mit der Fußgängerzone jetzt kleiner ist, als man sich das vorstellen könnte. Naja. Wenn man hört, dass es die längste ist. Naja, aber es ist trotzdem die längste. Aber sie ist zum Beispiel, glaube ich, kürzer als die Holzenstraße in Kiel. Das ist ja schön. Das ist halt die längste in Dänemark. Kiel eine längere Fußgängerzone hat als ganz Dänemark. Ich sag's ja nur. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nach Kiel. Ich meine ja nur, wenn jetzt Leute den Podcast hören und denken, oh mein Gott, diese unendlich lange Fußgängerzone. Ich muss die sehen. Ich muss die sehen. Ich plane meinen Jahresurlaub neu. Mach das nicht. Und dann fahren die nach Esbjerg und denken so, äh, Schasen, what the? Wie geht's denn? Ja, das ist, ähm. Mach du mal. Danke, mein Schatz. Vielen Dank. Ähm, ich fand's jedenfalls ganz gut da. Wir sind ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Haben ein kleines bisschen Zeit für Shopping gehabt. Nicht viel. Ich habe sehr viel Zeit gehabt, Twitter zu lesen in der Zeit. Ähm, ja, das war, das war tatsächlich ein schöner Tagesausflug. Donnerstag war's, glaube ich, war's Donnerstag, dass wir nach Sylt gefahren sind? Soll ich jetzt doch wieder lesen? Ich weiß es doch nicht mehr. Freitag sind wir nach Sylt gefahren. Freitag. Das war gestern. Gestern, echt? Das war gestern. Ich verliere komplett die Orientierung im Urlaub. Du, das Urlaub, das ist gut. Also, Freitag waren wir aus Sylt. Freitag sind wir nach Sylt gefahren. Das war toll, denn von Römm fährt direkt, also von Haunebü, eine Fähre nach List auf Sylt. Dauert irgendwie eine Dreiviertelstunde und kostet für einen Fußgänger Einzelpreis 12,30 Euro. Kann man gut mal machen. Und dann waren wir also in List. Und da gibt's, also, wenn man in List was zu essen haben möchte, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit Gosch. Oder es gibt noch ein anderes Restaurant, wo nicht Gosch draufsteht. Da gibt's aber hauptsächlich Austern, wenn ich's richtig verstanden habe. Und man muss da drin sitzen. Also, ist jetzt nicht so, was zu mitnehmen. Und entsprechend hab ich halt dann bei Edeka eine Portion Sushi geholt. Und die anderen saßen beim Bäcker. Und was mich echt, echt fasziniert hat, es gibt da so einen, direkt, ja, so kommst du vom Schiff runter und bist du an so einem, nennen wir's mal, Fußgängerzone. Oder so. Und da sind eben die zwei große Gosch-Restaurants direkt gegenüber. Und dann an dem einen rangeflanscht ist etwas, das nennt sich Alter Tonnenhof. Und da drin sind eben so kleine Stände, Buden, wie so ein Markt im Prinzip. Und unter anderem eben auch ein Verkaufsstand von einer Frau, die im Prinzip, ich weiß nicht, kennt ihr diese Facebook-Gruppe, nachdenkliche Sprüche mit Bilder? Sowas macht die. Nur auf Leinwand. Und das ist total abgefahren. Das war richtig schlecht. Aber das ist doch das. Ja, ist es auch. Achso, du meinst die Frau, nicht mich. Ja, das ist richtig schlecht, was die gemacht hat. Das ist ungewohnt, dass sie jemand anders meint. Und? Was? Naja, also die hat jedenfalls so eine Leinwand gehabt und hat darauf in, also ich glaube, der Plan ist irgendwie Kalligrafie. Aber eigentlich ist es das nicht. Also man sieht. Nee, das ist ja einfach nur schön geschrieben. Genau, genau. Und man sieht aber immer noch auch die Bleistiftspur, die sie dann nachgemalt hatten mit dem Pinsel. An dem einen Bild zumindest. Da war irgendwie die Schriftgröße immer unterschiedlich und so. Also wirklich handgemacht, ja. Und tatsächlich also so Sachen, naja, also Sharepics von Insta oder so, die Leute rumschicken. Das ist im Prinzip genau, also was mir, Grüße gehen raus, mein Vater gerne mal bei Telegram schickt, so einfach ein Foto mit einem dummen Spruch. So eine Texttafel. Das macht die. Und ein Ding, das habe ich mit durchgelesen, weil man durfte nämlich keine Fotos machen, stand extra dran. Mitschreiben und abmalen wäre kostenlos. Fotografieren kostet drei Euro. Stand da dran? Stand da dran. Wie geil ist das? Ja, ja, die muss ja irgendwie Geld verdienen. Darf man das eigentlich? Na, ist ja Urheberrecht. Na, glaubst du, dass die sich die Sachen selber ausgedacht hat? Hat sie nicht. Die hat StudiVZ-Gruppen abgeschrieben. Ne, das wäre noch witzig gewesen. Das wäre noch witzig gewesen, ne. Sie hat ein Ding, das habe ich mit durchgelesen, das war auch relativ groß. Wenn ich mal alt und klapprig bin, dann gehe ich nicht ins Altersheim, sondern auf eine Kreuzfahrt. Und die Gründe hat ihr irgendwie das Familienministerium geliefert, weiß, weiß ich. Also ein Platz im Altenheim, schreibt sie auf diesem Ding, kostet irgendwie 200 Euro am Tag. Auf der AIDA kostet eine Langzeitkreuzfahrt aber 155 Euro pro Tag. Und da kriegt man dann bis zu 10 Mahlzeiten am Tag und kommt noch rum in der Welt und bla bla bla. Und so steht so als letzter Satz. Und wenn ich dann bei dieser Kreuzfahrt versterbe, dann schmeißt mich über Bord. Das ist dann nämlich auch noch kostenlos. Und ich stelle mir halt vor, da steht irgendjemand davor und denkt sich, genau mein Ding, das hänge ich mir in den Flur. Was ist denn los mit den Menschen? Aber andererseits muss man fairerweise auch sagen, es scheint sich zu lohnen. Denn anders könnte sie wohl die Miete in diesem Tonnenhof nicht bezahlen. Es muss also Leute geben, die diesen Bums kaufen. Achso, und dann hatte ich mir noch irgendwo, genau, wir waren ja, also habe ich ganz vergessen, als wir in Esberg waren, sind wir auch in einen Laden gegangen, wo es so Naschkram und Schnaps und Bier und so ein Gedöns gab. Und ich hatte eigentlich den festen Vorsatz, da mit einer Flasche Whisky rauszugehen. Aber die zwei, die mich interessiert haben, waren da beide jeweils der, jenseits der 100-Euro-Grenze umgerechnet. Und zwar deutlich. Und da habe ich gedacht so, hm, ich gucke vielleicht erstmal in Deutschland. Also wäre ja eine Option. Oder vielleicht gleich auf Helgoland, ob es die da gibt. Denn da sind sie zollfrei, wenn man weniger als ein Liter mit aufs Festland nimmt. Und insofern könnte ich da vielleicht eher einen Schnapp machen. Also man muss ja auch nicht immer was kaufen, nur weil man im Urlaub ist. Und andererseits habe ich mich dann für zwei Craft-Biers entschieden. Nämlich einmal ein Bier namens Mango Mussolini, gebraut auf der Insel Farnö, ein New England IPA. Sehr zitronig im Geschmack. Hat relativ wenig Schaum, aber schmeckt total gut. Hat aber auch gar nichts mit Mango zu tun. Sondern Mango Mussolini ist einfach nur, bezieht sich auf, glaube ich, auf die Farbe und auf das Bild von Donald Trump auf dem Aufkleber. Und das Zweite, das ist tatsächlich ein Bier aus Esbjerg und schmeckt nach Blaubeer. Heißt auch Esbjerg Blaubeer. Ja, ich kann Dänisch. Auf jeden Fall. Blaubeer, Blaubeer. Und das ist tatsächlich auch tiefrot, also fast schon ins Violette rein. Bisschen mehr Schaum, bisschen, ein Tick zu wenig Kohlensäure für meinen Geschmack. Aber super lecker, weil es eben auch so einen deutlichen Fruchtgeschmack hat. Das waren so meine Highlights. In Dänemark. Ansonsten habe ich sehr viel, sehr viel rumgelegen, Twitter geguckt, habe diversen Kram an den Podcasts rumgeschraubt. Ich habe Ostereier versteckt auf den Seiten von Nord-Süd-Gefälle und vom Camping-Caravan-Podcast. Camping-Caravan-Podcast, da könnt ihr mal gucken. Das Ostereier, also die Ostereier, die ich gebastelt habe, die erscheinen nur an wenigen Tagen im Monat. Und jetzt gerade kann man auf der Seite vom Camping-Caravan-Podcast das eine sehen. Das andere vom Nord-Süd-Gefälle wahrscheinlich so ab dem 12. November für ein paar Tage. Dann wieder fast einen Monat nicht. Guckt mal rum. Vielleicht findet ihr da was. Denn wir haben ja gerade fresh die letzte Folge Nord-Süd-Gefälle veröffentlicht, am 15. Wie wir es immer machen. Highalarm nehmen wir dann jetzt auch auf. Dieser Tage, wenn ihr das hier hört, dann ist sie schon aufgenommen. Und der Camping-Caravan-Podcast ist auch auf dem Weg. Und damit hat dieses Osterei auch tatsächlich was zu tun. Und ansonsten, was jetzt noch ansteht, ist in der kommenden Woche werde ich den Wohnwagen in die Halle ziehen müssen. Oh, das ist so traurig. Das ist super traurig. Ja, die Saison ist vorbei und sie war viel zu kurz. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr. Wir haben sie halt nicht ausgenutzt. Ja, wir haben drei Wochen maximal im Wohnwagen verbracht. Das ist nichts. Gar nichts. We failed. Completely. Naja. Obwohl, nee, waren mehr als drei Wochen. Ja. Weil. Ich war ja auch noch eine Nacht drehen. Nee, weil wegen Potsdok. Potsdok. Noch. Wir waren zwei Wochen Ostern. Dann waren wir eine Woche in Dänemark mit Abby. Ja. Und dann waren wir noch auf diesem komischen Potsdok. Dieses Potsdok, von dem immer alle reden. Stimmt, das waren ja auch noch mal fünf Tage. Ja. Das war fast eine Woche auch im Endeffekt. Ja, okay. Gut, dann kommen wir immerhin auf vier. Trotzdem zu wenig. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja. Ja, und jetzt ist die Saison vorbei. Das heißt, wir werden also den Wohnwagen jetzt dann ausräumen, die Batterie abklemmen. Und dann geht der am Mittwoch in die Halle, wird dann da eingebaut, eingeparkt mit allem, was denen sonst noch so einfällt, was sie sonst noch da reinkriegen. Und dann kommen wir erst im April wieder ran. Und wie dann die Planung aussieht, wissen wir noch gar nicht, wann wir da das nächste Mal mit losfahren. Mal gucken. Ja. Und dann geht natürlich auch die Arbeitswoche wieder weiter. Es wird einen neuen Verhandlungstag geben in diesem Mordprozess, von dem ich auch schon ein, zwei Mal berichtet habe. Das werde ich dann in der nächsten Episode zusammenfassen. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert. Oder bis zur nächsten Episode. Je nachdem, was früher kommt, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss. 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 Tüss. T 반 The ot readingladucky Fenrisas 하는. Tcast ist Moment. isyns.